Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Dapper Daylight! Unterwegs als Dwight, wie ihr seht. Und unsere... Es ist ein... Oni... Heutige Aufgabe heißt übrigens... Bankrott. Also ich habe die... Aufgabe zwar schon abgeschlossen, aber das Video war echt für ein Poppes. Aber wir hatten in Kempten im Billy. Deswegen habe ich noch mal ein neues Video. Und... Ja... Also in der Aufgabe Bankrott geht es eigentlich darum, dass wir 5 Haken sabotieren. Wir müssen das Ganze nicht in einer Runde machen. Aber... Wir möchten es in einer Runde machen. Deswegen habe ich so'ne kleine, nette Toolbox dabei. Und so'n kleinen, netten Perk. Oh, der Bambusel der Kunde. Sexy. Das soll ich nicht kommen sehen? Nööööö! ja ich ja schon ich wusste jetzt so noch da bist du hast doch ein bisschen wusste es gerade glaube ich ja leute ihr seid ihr mit der chase route also was soll ich sagen was soll ich so also wir haben dann fast schon mal die 8000 punkte bei der killer kategorie voll jetzt können wir mal was anderes machen erstmal spielen wir ja so bis an uns rum jetzt wurde geschehen ich muss auch jetzt einfach zu Ace gehen können aber gut oh upsie der dreht um aber das schafft zweifel ich ein bisschen was soll ich sagen nummer zwei beschissen er kommt so hat der nummer zwei wurde erfolgreich supportiert hallo hier gleich sorry das wollte ich eigentlich nicht das war noch haken nummer drei so gehen wir hier in der war relativ weit vorhin natürlich wurde getreten was ist okay gar kein problem für uns so langsam sollte mal der ein oder andere generator abzünden freunde die toolbox nehmen ich glaube er kommt ja er kommt ich wusste ich habe es ja ich glaube er kommt Durchaus. Hi. Brennen ihm die Augen aus dem Schickl. Ach, chill. Wurzulst du nur eine Flashlight in der Hand? Uh. Und blind. Eh. Erzähl ich gerade, da ist es dieses Sprengfalle dringesetzt. Hm. Hallo, Meg. Okay, komm. Nee, der kommt. Dann gehen wir mal um die Ecke. Dann können wir hier mal so ein bisschen an uns rumspielen. Ich glaube, er kommt. Ja, warum denn mich, du Kacktüch? Ja, warum denn mich, du Kacktüch? Ich hing eben schon... Ja, genau. Piss nicht so einfach. Hässliger Honi, du bist nicht, du bist nicht. Ja, klar, kein Problem. Gar kein Problem für mich, Wichser. Willst du dich nicht abcampen hier? Kacktüch. Hm. Mir fällt gerade ein, ich hätte auch das haben können. Das ist so. Oh, Gott. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe Angst, dass er kommt. Und wie er ganz gezielt mich aus dem Leben bombst. Entschuldigung. Das lassen wir vielleicht mal kurz. Das ist der Generator. Deutensgenator. Genau da, wo er ist. Hm. Ich bin hier drunter noch, und das scheiße. Der ist an, der ist an. Hm. Ich gehe auf den Anhuck. Vielleicht gehe ich auch wieder weg. Ob er möglicherweise ein bisschen kampiert. Erstmal zu unserer Aufgabe, und der Freunde. Haken Nummer 4. Auch wenn ich keine Punkte mehr dafür kriege. Aber es war Haken Nummer 4. Und? Haken Nummer 5. So, glaube ich, wäre die Aufgabe auch abgeschlossen. Und, ähm... Jetzt bist du am Optimalfall hier noch irgendwie rauskommen, ne? Ähm, ja. Ja, wahrscheinlich hat er mich wieder gesehen, ne? Hat mich nicht gesehen. What the fuck, habe ich nicht gesehen? Ich werde einfach immer noch zu, ist nur... Das wird wahrscheinlich sie aufheben gehen. Ja. Ja. Scheiße, du hast den Namen rotieren können. Ich verstecke mich mal hier mal kurz in der Runde. ist gefühls als welche erschossen kommt auch so ein bisschen das gefühl dass wir uns gegen tor ich glaube das ist ein d-streik perfekt perfekt jetzt sowieso hier dazu kann hier ist kein hier mit dass die luke bei der hedge die luke bei der hedge wort der herr bei der schick meine menschen nach guten morgen er hat es ja kommen sie jungs das ist auch ich möchte nicht sterben ich möchte leben dreht ab das ist ich weiß nicht das gute so schlecht ist so als müssen wir kurz wer will dahin machte auch mal der kentere ist mehr hat der tinko auch von welchem jen sieh an meg ich geh noch da und gehen wir zur hedge zuwärts ist es bei der hedge ich weiß es nicht ha 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 wusste hier durch ach mich hebt jetzt wieder auf jahr aber im typen schützen hinter die anheit der nächste nicht auf oder klatsch die noch um wieviel mehl die beiden haben FIG scheiße ärgerlich sehr ärgerlich das ist wirklich sehr ärgerlich aber Freunde wir haben die Aufgabe geschafft mit fünf Sabotagen aber auch halbwegs gut Punkte gemacht glaube ich 19 ich bin nicht Punkte gemacht aber daraus kommen wir durch Luke etwa 7.000 mehr so ein Schmutz oder da zum Schluss und weg geschossen scheiße macht's gut bis zum nächsten mal